So meine lieben Freunde der Gepflegtenaktoristik, heute werden wir mal ein kleines Video machen, in dem wir zeigen wie wir die Beckenpflege angehen, wie wir sehen hier ein paar Fadenalgen, und das ist schon ein bisschen zugewuchert, wo so langsam auch der Geschnitt mal fällig ist. Wir sehen hier auch überall wirklich auch leichten Algengefallen und den werden wir gleich beseitigen. Ich würde sagen, für alle die sich dafür viel Interesse daran haben zuzuschauen, in gut zwei Stunden wird das Video hoch bleiben. Okay, dann würde ich sagen, bis später.